Ich hab dich hergebracht, um zu verhandeln. Du bist offen für neue Bedingungen? Keine Regeln? Keine Bestrafungen? Keine Regeln, keine Bestrafungen und keine Geheimnisse mehr. Kriege ich hin. Du willst ne... wie heißt das noch? Ne Blümchen-Sex-Beziehung? Sagen wir, ich will das tun, womit du dich wohlfühlst. Aber du brauchst diese Dinge doch. Ich brauche dich mehr. Christian ist vor der Tür. Willst du ihn sehen? Ich bin deinetwegen hier. Okay. Er hat mir erzählt, was passiert ist. Ich weiß, dass du furchtbar leidest. Es tut mir so leid. Du darfst ihn mit seinem Namen ansprechen. Er spricht über dich die ganze Zeit. Er macht sich Sorgen um dich. Beginnen wir mit einem Anfangsgebot um 10.000 Dollar. 10.000? Danke, 10.000 Dollar. Ich wusste nicht, dass du in Espen was besitzt. 15.000! 15.000 Dollar! Alle Achtung! Wir haben ja wohl echte Schneefans! 19! 19.000 Dollar! Danke, Sir! Eine Woche purer Luxus in Amerikas nobelstem Skigebiet. 24.000 Dollar! Frisches Blut! 24.000 Dollar sind geboten, höre ich von Ihnen. 25.000! Das Geld war für dich. Und jetzt ist es für jemanden, der es braucht. Ich weiß nicht, ob ich dich dafür anbeten soll. Oder versohlen. 24.000 Dollar zum Ersten. Ich denke, ich nehme Option 2. Verkauft an die junge Dame in Silber. Ich habe Angst. Ich weiß, du sagst, ich würde dir genügen. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die du gewohnt bist zu bekommen und die ich dir nie, niemals im Leben geben kann. Und es mag funktionieren, für den Moment aber... Als du gegangen bist, habe ich mir geschworen, damit aufzuhören, wenn das dazu nötig ist, dich zurückzubekommen. Ich habe damit abgeschlossen. Du bedeutest mir mehr als alles andere. Ich will dir so sehr glauben. So sehr. Aber ich kann nicht. Anna, gib mir deine Hand. Das bin ich. Alles von mir. Und für Sie. Danke. Wo sind denn die anderen? Na ja, es ist noch früh. Ihre Kommentare zu Beuys Fox waren interessant. Mit Polit-Thrillern kann ich sonst nicht viel anfangen. Ja, also ich finde, die Parallelen zu Dantes Inferno sind verblüffend, aber ich... Nein, nein, nein. Sie haben mich überzeugt. Ich lese ihn. Oh, freut mich. Hey. Hi. Ähm, Christian? Das ist Jack Hyde. Ich bin der Freund. Ich bin der Boss. Was darf sein, Chris? Der erste Film war nur der Anfang. Gefährliche Liebe wird komplexer und spannender. Neugierig. Christian weiß, dass er Anna in seinem Leben macht. Ich will dich zurück. Keine Ahnung, was daraus entstehen würde. Dieses Mal? Keine Regeln. Keine Bestrafungen. Und... keine Geheimnisse mehr. Es passiert so viel. Es gibt neue Figuren und wir sehen sie sich entwickeln. Guten Morgen, Mr. Hyde. Anna? Sagen Sie Jack. Jack Hyde wird wie ein großartiger Chef. Aber dann zeigt er sein wahres Gesicht. Anna wird von Christians Vergangenheit verunsichert. Es gibt die psychische Gefahr, weil Anna und Christian sich trennen. Aber auch eine echte körperliche Gefahr, die ihr Leben bedroht. Ich liebe diesen Thriller-Aspekt und die Komponente der Gefahr. Es wird dunkler und dunkler. Wer ist das? Denken Sie, sie sind die erste Frau, von der er sich erhofft, sie würde ihn retten? Im Grunde ist es eine unglaubliche Liebesgeschichte. Er hat sehr dunkle Triebe und sie muss das in sich selbst suchen, weil sie sich gegenseitig so sehr lieben. Es gibt viele heiße Momente und das nicht nur im Schlafzimmer. Es ist ein Psychothriller. Ihr Freund hat den Ruf nicht gerade. Der Film ist gewaltig. Wenn dir etwas zustoßen würde, könnte ich mir niemals verzeihen. Auch wer den ersten Teil nicht kennt, wird begeistert sein. Willst du dich einsperren lassen? Oder respektiert werden. Viele Fans können es kaum erwarten, was mit Anna und Christian passieren wird. Jetzt ist es soweit. Was hast du, was ich nicht habe? Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe Ab 9. Februar im Kino Ich will dich zurück. So etwas liegt mir nicht. Ich wollte es nie nochmal versuchen. Lass uns essen gehen. Okay, gut. Ich gehe mit dir essen. Denn ich habe Hunger. Aber wir werden nur reden. Dann musst du schon schneller sein, Grey. Was willst du, Anastasia? Keine Regeln. Keine Geheimnisse. Zieh ihn aus. Wie ist das? Willst du nur rumstehen und zusehen? Ja. Dein Freund hat einen gewissen Ruf. Willst du dich einsperren lassen oder respektiert werden? Denkst du, du bist die erste Frau, die versucht hat, ihn zu retten? Wenn dir etwas zustoßen würde, könnte ich mir das niemals verzeihen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017